Willkommen bei Janos Moratti, bei den exotischen Pflanzen zu vermeiden und wie es weitergeht und bei der heimischen Sachen zu vermeiden und wie es weitergeht. Schaut in die Videobeschreibung, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch und TikTok. Schreibt mir gerne in die Kommentare und schaut Kanal-Info, da ist mein Alter und mein Geburtsdatum und Facebook, Instagram, Twitter, Twitch und TikTok. Und meine Homepage steht da, auch noch verlinkt. Und schaut bei i vorbei und am Ende des Videos kannst du drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Und teilt das Video mit eure Freunde, beste Freundinnen und überall. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, überall. Und hier haben wir Grünpflanzenerde. Heute kann man den Gummibaum umdopfen, wegen er hat Hunger. Ja, sagen wir mal, da ist der Grünpflanzenerde rein. Boah, zu viel. So, jetzt sagen wir mal, da mal ein bisschen mit, so mit dem Topf mit Erde. So, jetzt sagen wir mal, da ist der Grünpflanzenerde. Und der Grünpflanzenerde. Und der Grünpflanzenerde. Und der Grünpflanzenerde. Warum hat er so gelbe Blätter bekommen? Ja. Er hat vier gelbe Blätter bekommen. Vielleicht gibt's ihn wieder besser. Ja. 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 Und jetzt machen wir ihn noch. Der Fikus Benjamin hat leider nicht überlegt, deswegen wollte ich es ausprobieren, kann damit andere Erde auch überleben. Jetzt erst mal. Da kommt der Überdopf. Jetzt muss man kurz andere Überdopf schauen. So. Jetzt haben wir einen anderen Übertopf genommen, den dann mal weg, jetzt kriegt er hoffentlich keine Blätter nicht. Tschüss Leute, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch, schaut in die Videobeschreibung, schreibt es mir gerne in die Kommentare, schaut Kanalinfo vorbei, schaut bei euch vorbei und am Ende des Videos kannst du drei Videos anklicken und ab, ab mein Logo und abonnieren und teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, Freundinnen, Oma, Opa, auf Facebook, auf WhatsApp, auf Twitter, alle Social Media Plattformen. Bitte, danke, bis zum nächstes Mal.